Ihr seid aus Deutschland? Ja, aus Deutschland, ja. Wie ihr könnt es hören könnt. Ja, ein bisschen. Ist das unser Helikopter für heute? Ja, genau hier. Ein Junge! Schau, schau, schau. Boah, schau, schau. Wir sind eigentlich alle gut hier. Ja. Schau. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt, ne? Ich auch. Ich bin ein bisschen, es ist wirklich sehr klein. Es ist, glaube ich, das kleinste Flugobjekt, was ich je geflogen bin. Du bist halt geflogen, ja. Und wir sind halt auch schon mal in so einer kleinen Cessna oder so geflogen, ja. Ja, ne, ne, noch kleiner Cessna halt. Privatjet halt, ne? Boah, ich hab Herzrasen, Bro. Echt? Ja. Komm, mit so einem sind wir letztes Mal geflogen. Zeig mal, Michael. Mit so einem bin ich, also das ist, glaube ich, so das kleinste, mit was ich jetzt geflogen bin, bis jetzt. Und der hier ist noch mal kleiner.